Gucken wir mal auf die ganzen Waren. Wir haben nicht mehr so viel Schnaps. Das sieht gar nicht gut aus. Alles andere ist noch in Ordnung. Das heißt, theoretisch, warte mal, könnte ich doch dieses Schiff damit beauftragen, auch Schnaps von dieser Insel, denn da wird ja genug produziert, mit hierher zu bringen. So, dann versorgen die sich gegenseitig. Er hat noch Baumwolle dabei und Kaffee. Aber Kaffee ist ja gar nichts da. Es wird wahrscheinlich alles jetzt auf den beiden Inseln unten ausgesoffen. Ich brauche unbedingt mehr Kaffee, ich muss dafür sorgen. Konkurrent besiedelt Insel, Kriegsausbruch zwischen Rivalen und Paradies auf Erden. So glücklich können Leute sein. Kaffee, ich brauche Kaffee. Das heißt, wir gehen nochmal in die neue Welt, werden uns hier jetzt um mehr Kaffee kümmern. Die Kaffeeplantage. Wie sieht denn bei euch der Kaffeeverbrauch aus? Ihr habt eigentlich genug. Theoretisch müsste jetzt hier jede Menge übrig bleiben. Aber er muss sich erst voll machen. Okay, ich verstehe. Rum ist genug da. Kaffee wird auch immer mehr. Theoretisch bräuchte ich also keine weitere Kaffeeplantage machen. Wir machen es trotzdem. Wir haben zwei Röstereien. Ach, guck mal. Ah, wir brauchen noch mehr Röstereien, äh, Kaffeeplantagen. Wir haben also genügend Röstereien, aber nie genug Plantagen gehabt. Gut zu wissen. Zwei weitere Plantagen reichen aus, um dann auch den Kaffeebedarf auf der kompletten Insel und überall zu decken. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Genau. Okay, dann brauche ich mich nicht weiter darum zu kümmern. Das läuft jetzt alles von alleine. Wir gucken hier nochmal. Alles ist gut. Alles ist toll. Alles ist frisch. Alles ist wundervoll. Und wir sollten so langsam mit Kautschuk anfangen. Kautschuk ist wichtig, um später Gummi zu haben für die Fahrräder beispielsweise oder für Autos, falls es dann irgendwann Autos gibt. Kautschuk Plantagen. Wo wollen wir die denn jetzt noch hinsetzen? So langsam wird es hier eng. Und das ist auch die einzige Insel, die wir besitzen, die Kautschuk produzieren kann. So. Kautschuk hier hin. Oh Gott, dann werden wir noch mehr Stahl benötigen. Ich sehe es schon kommen. Kautschuk da hin. Ich weiß ja nicht, wie viel Kautschuk wir benötigen. Auf jeden Fall wird es nicht wenig sein. Einmal kurz die Straße hier wegreißen. Dann können wir wenigstens die Farben hier oben noch so lang setzen. Und ein weiteres Lagerhaus, um Kautschuk dann drin zu haben. So, was wollt ihr eigentlich noch? Melonen, Hüte. Was braucht man denn für Hüte? Wir brauchen die ganz normalen Baumwollstoffe. Und wir brauchen Alpaka-Farmen. Alpaka-Farmen haben wir eigentlich genug. Da könnten wir, wie gesagt, sogar ein Silo ranbringen. Müssten die bloß mit Mais versorgen. Und dann sind die ja sozusagen in der doppelten Produktion. Schlecht wäre es nicht. Allerdings passt das hier nicht mehr ganz so gut hin. Ja gut. Da überlege ich mir was. Aber dann können wir zumindest schon mal Filz fertig machen. 30 Sekunden, 30 Sekunden. Ihr braucht auch 30 Sekunden. Das ist gut zu wissen. Und vor allem haben wir noch genügend Leute, die für uns arbeiten können. Wir haben hier auch die Baumwollfruchtbarkeit. Aber ich glaube, das machen wir dann hier drüben mit den Hüten. Denn dann können wir hier alles weitere noch, ich sag mal, weiter ausbauen, vergrößern, später auch Öl noch mit dazu holen. Das ist okay. So, die alte Welt, kämpft ihr noch? Nö. Hier sind nur Piraten unterwegs. Beryl lässt alle in Ruhe, Gott sei Dank. Auch mich. Ja, jetzt nicht. Haben wir hier eigentlich Items? Einen Förster. Den nehmen wir mal mit. Ein Foto machen. Von der Konservenfabrik. Na, das mache ich doch. Ach, hier wird gefeiert. Ich dachte gerade, was regnet denn hier so runter? Schneid's? Aber geschneit hat es doch noch nie in Anno 1800. Dafür ist es hier viel zu schön. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Foto abschicken. Guck mir, den habe ich gerade erst gebaut. Oh, wer macht denn sowas? Milkes Sternenstaub auf sie hinabregnen. Formschnittgarten. Na, ganz toll. Ich will keinen Garten. Ja, ich habe jetzt hier keinen Rundgang. Die können hier nicht vorbei. Ist natürlich doof. Und währenddessen fackeln alle ab. Hm. Wieso denn auch die Kupferfabrik? Warum tut ihr mir das an? Die habe ich doch gerade erst gebaut. Hübsche Rutsche. So. Alles wieder aufgebaut. Alle wieder glücklich. Alles wieder schön. Nein, wurden sie nicht. Ich habe sie schon längst wieder repariert und ersetzt. Alles ist gut. So, das läuft. Hier wollten wir das bauen. Aber dafür brauchen wir noch weiteren Stahl. Und Stahl ist echt langsam. Meine Fresse. Ich glaube, ich werde jetzt die Kanonengießerei mal ausstellen. Und hier dann lieber noch eine weitere Stahlfabrik mit hinsetzen. Nee. Quatsch. Doch. Ich war mir jetzt nicht so sicher. Oh. Was ist denn hier los? Irgendwas fehlt irgendwo. Rum ist noch da. Bier auch. Einkommen, Ausgaben. Sassenberg macht immer noch Plus. Quaglotte. Ausgaben 4000. Hier? In Quaglotte? Was fehlt euch? Brot ist da. Schnaps ist da. Ich verstehe diese Dinger hier nicht. Finanzen. Buenos Vistos. Also hier sind wir im Plus. Da auch. Sassenberg sind wir auch im Plus. Hier sind wir im Minus. In Etze, Sur, La Due. Und da gehen wir immer weiter ins Minus. Irgendwas fehlt da. Nee. Gehen wir nicht. Und in Quaglotte haben wir sehr hohe Ausgaben. Hafengebäude, Produktionsgebäude. Die Pause ist vorbei. Schiff unter Beschuss. Mensch, ich habe keine Zeit für so einen Blödsinn. Tötet ihn, Harlow. Ah, verdammt. Wie sind wir denn so stark ins Minus gerutscht? Doch nicht wegen zwei Produktionsstätten, oder was? 250. Das kann nicht sein. Quaglotte hat... Irgendwas fehlt doch an Waren. Mensch, was habe ich denn übersehen? Fisch ist da. Das ist da. Seife ist auch da. Brot ist da. Bier war noch nie da. Irgendwas stimmt doch nicht. Die Menschen lassen sie hochlegen. Ja, hier. Aber hier bringt mir das nicht viel. Ich meine, die machen sogar Plus. Und die auch. Wunderliche Kleinstadt. Ja, sehr schön. Und so... Na gut, fast Plus. Also hier sind wir auch knapp im Minus. Aber das ist jetzt nicht so viel. Schnaps ist alle. Das wird der Grund sein. Wir haben den Schnaps rübergebracht. Ne? Hierher. Ich meine, die steigen dadurch wieder ordentlich auf. Aber hier fehlt er an dieser Stelle. Ja gut, dann baue ich jetzt noch eine Schnapsfabrik hin. Meine Güte. Also, dass es daran mangelt. Das hätte ich nicht gedacht. Aber kann es gar nicht. Der Schnaps geht ja wieder hoch, oder nicht? Na ja, ne. Der bleibt unten. Die Produktion ist jetzt nicht so ausschweifend. Sagen wir es so. So, jetzt können noch mehr Leute abladen. Alles ist gut. Kartoffeln haben wir ja noch genug. Die konnten sie sich hier holen. Ich schätze mal, dass die Schnapsproduktion dann wieder ausreicht, um die Leute auch wirklich zu versorgen. Und vielleicht auch endlich mal wieder Plus auszubauen. Uff. Aber das kann nicht das Einzige sein. Definitiv nicht. Wir haben hier ja auch Rum. Wir haben Bier. Rum ist genug da. Stahlbeton haben wir noch genug. Und außerdem fehlt das ja hier drüben. Das ist ja ein riesiges Loch. Bloß ich habe noch nicht so viel gebaut. Das eine hier, das macht noch nicht so viel aus. So, jetzt haben wir eine Messinghütte. Ja, ganz toll. Ich brauche auch keine weiteren Bauern an dieser Stelle. Also theoretisch könnte ich die alle aufstufen. Dann hätten wir wenigstens ein paar mehr Arbeiter. Für die ganzen Minen. Und gegebenenfalls könnte ich hier sogar noch Handwerker mit ranholen. Aber die kann ich auch hier ausbilden. Das ist okay. Ja, denn da habe ich wenigstens schon die ganzen Produktionsprozesse. Vor allem brauchen sie dann keinen Schnaps mehr. Das Geld steigt wieder. Hier ist klar. Da sind wir Minus. Aber die machen nicht so viel hier. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Schnaps geht langsam dann wieder hoch. Und die werden irgendwann voll sein und werden keinen Schnaps mehr benötigen. 1590. Warum habt ihr mich so reingerissen? Was ist los mit euch? Was fehlt euch? Habt ihr irgendeinen Zugang nicht mehr? Ist irgendwo ein Gebäude abgebrannt, was ihr unbedingt gebraucht habt? Oder was ist hier los? Ich gucke mir jetzt nochmal die Waren an. Bier hatten die noch nie. Ich meine ja, ich könnte Bier rüber transportieren. Das könnte er hier machen. Der produziert oder transportiert ja sowieso nur Felle und Hopfen und sowas alles. Hier kann sich meine Seele entfalten. Schön. Interessiert mich kein Stück. Ich will die nächste Messinghütte haben. Und habe irgendwie keinen Stahlbeton mehr. Irgendwas habe ich... Ah, ich musste ja das Ding hier reparieren. Achtung, Admiral anwesend. Oh Gott. So, wieder zurück an Ort und Stelle. Dich liefern wir erstmal ab. Dann wirst du natürlich die ganzen Waren mit rüberbringen. Jetzt bin ich so raus gewesen, so fertig gewesen. Dass ich natürlich völlig wieder das Ende der Folge verpasst habe. Und dass wieder zwei Folgen wurden. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie hat denn damit gerechnet, dass wir so stark ins Minus rutschen? Hm. Ich nicht. Ich absolut nicht. In der neuen Welt gibt es keine neuen Aufträge. Dann bleiben wir in der alten Welt. So, dann können wir jetzt hier die andere Messinghütte bauen. Und wir brauchen für die Gläser... Ah, die Dinger hatten wir auch gebaut. Für die Brillen brauchen wir das hier. Kostet 1000 im Unterhalt. Wow. Das ist krass. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Damit sind wir jetzt bei minus 500 im Unterhalt. Aber wenigstens bekommen wir Brillen, die dann auch mit hin und her transportiert werden können. Und dafür brauchen wir dann wieder ein weiteres Schiff. Da müssen wir uns erstmal grundlegend um die Finanzen kümmern. Heißt, wir müssen versuchen, mehr Leute ranzukriegen, die besser zu versorgen. Und die Produktionsketten vervielfältigen. Und vor allem müssen wir die höheren besser versorgen. Sprich... Das Leben hier ist eher statisch. Ingenieure. Ja gut, ich meine, wir haben uns auch um Kaffee und so gekümmert. Ach, das war nicht die Welt. Wir haben zwei Farmen gebaut. Ich brauche ein weiteres Schiff. Ein kleines reicht. Aber ich glaube, wir nehmen gleich einen Clipper. Der Clipper könnte noch mehr hin und her transportieren. Das baut ihr mal fertig. Genügend Arbeitskräfte haben wir. Wir könnten mehr Bier produzieren und das mit rüberbringen auf diese Insel. Wie sieht es denn mittlerweile mit dem Hopfen aus? Geht der mal nach oben? Leicht, leicht. Nicht besonders doll. Aber ja, auch Bier könnten wir jetzt rüberbringen auf die andere Insel. Zumal die dort nicht so viel Bier fassen können wie die hier. Und wir könnten auch Bier hierher bringen. Und damit hätten wir schon mal wieder eine weitaus positivere Bilanz. Mal abgesehen davon, dass wir durch die Brillen dann auch noch ein bisschen was an Geld mit dazu kriegen. Dadurch, dass unsere Ingenieure dann zufriedener sein werden. Und wir sollten dafür sorgen, endlich auch die Rumproduktion bzw. die Lieferungen an Rum zu erhöhen, indem wir noch mehr Rum mitnehmen aus der neuen Welt. Man muss immer bereit sein. Naja gut, solange die da am Rumwerkeln und Rumbauen sind, kann ich hier wenigstens weiter produzieren. Wir haben ja kaum noch Stahl, wir haben ja kaum noch irgendwas. Hier sieht es indes schon wieder besser aus. Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Ich glaube auch. Der Marktplatz ist bei vielen noch nicht angekommen, das ist aber auch nicht schlimm. Theoretisch könnte ich hier noch ganz viele Leute ausbilden, ausbauen. Wie sieht es bei euch mit Schnaps aus? Zu euch wollte ich gar nicht. Ich wollte nur zum Schnaps. Nicht gut. Aber wenigstens nicht mehr katastrophal. Und hier geht es wieder weiter nach oben. Wenn auch nur knapp. Das heißt, eine weitere Kartoffelschnapsfarm dürfte nicht verkehrt sein. Um hier zumindest die Produktion zu sichern, auch die andere Insel noch ein bisschen zu versorgen. Ach, verdammt, aber wir haben so eine schlechte Bilanz. Ich muss unbedingt das Bier mit rüberbringen. Dann machen wir jetzt hier eine Handelsroute fertig, die Bier dorthin bringt. Und von dort die Brillen hierher bringt. Vielleicht kostet das Pendler-Kai dadurch auch mehr, dass die ganz viele Leute hin und her transportieren. Ich meine, das sind 1000 pro Pendler-Kai. Ich glaube, das hier drüben zu bauen, hat mir garantiert das Genick gebrochen. Aber wisst ihr was? Das ist es mir wert. Bei dem, was wir alles gleich kriegen, egal. So, du wirst von hier nach da erfahren, nimmst aus Sassenberg, bitte Bier mit, lieferst es in Quaglotte ab und nimmst dann aus Quaglotte die Brillen mit. Da. Und lieferst die in Sassenberg ab. Viel Spaß. Ja, ich brauche unbedingt ein neues Händler-Dingsbums. Das baue ich jetzt erstmal, denn haben wir es hinter uns. Brauche ich da nicht mehr dran zu denken. Kostet 50. Unterhalt ist okay. Ah, nee. Uh, welches? Hier. Von Barrel. Ja, gut, ist in Ordnung. Anlegestelle kostet 40 Fenster. Gut, kann ich noch nicht, aber gleich. Und die bauen wir dann hier oben mit hin. Wir brauchen nur noch ein paar Fenster. Und dann können die hier auch hin und her fahren und müssen nicht immer bis nach oben tuckern. Die Verladegeschwindigkeit ist nicht besonders hoch. Vielleicht können wir das noch irgendwann erweitern. Speicherstadt. Ich würde es gerne nehmen. 100 Tonnen Lager. Attraktivität plus 150. Was das allerdings macht, ich habe keine Ahnung. Die Speicherstadt ist darauf ausgelegt, den Handel und die Hafenlogistik zu optimieren. Mir wurde in der Premiere von der ersten Folge jetzt von Anno gesagt, dass die Speicherstadt wohl einige Likes hat. Holen Sie das Geschenk. Okay, Geschenke mag ich. Rostige Sesterzen. Hm, Dankeschön. Kann ich ins Museum packen. So, und jetzt werden die Waren noch schneller hin und her transportiert. Sehr gut. Beryl O'Mara hat von Prinzessin Xing Anteile gekauft. Wir haben jetzt hier Bier. Das bedeutet, die werden auch glücklicher sein. Ich hoffe, die verbrauchen das nicht so stark. Ansonsten muss ich die Bierproduktion noch ein bisschen ausbauen. Insbesondere Hopfen noch mehr mit rüberbringen. Fensterfabriken müssen laufen. Unbedingt. Wir haben so wenig Fenster. Aber ich kann die Fensterfabrik nicht weiter erhöhen. Mensch, wir haben so viel zu tun. Bin erstmal froh, dass wir wieder in der positiven Bilanz sind. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Dann kümmern wir uns um den Ausbau der positiven Bilanz. Jetzt, da wir die Pendlerkais haben, ist es nun mal, dass 3000 Dollar einfach so weg sind. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Menge. Und auch einer der Gründe, warum wir jetzt erstmal wieder dafür sorgen müssen, dass noch mehr Leute kommen, dass noch mehr ausgebaut wird. Und dass wir vor allem auch diese Insel jetzt so langsam vergrößern, beziehungsweise noch mehr Einwohner hinstellen. Denn das wird unsere Schönheitsinsel. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Und hier werden wir dann natürlich auch den Zoo mit hinbauen. Wir werden auch später, den gibt es noch nicht, den Botanischen Garten mit ransetzen. Und das Museum. Genau. Museum und Zoo gibt es schon ab den Handwerkern. Ich glaube, den Botanischen Garten erst ab den Ingenieuren. Aber den werden wir auch kriegen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Was sind das für Hieroglyphen? Lasst ein Abo da. Oder klickt auf ein anderes Video. Ah, und ein Like nicht vergessen.